Du hast den PC falsch angewendet. Was bedeutet das? Sonst hat das immer geklappt und auf einmal geht's nicht mehr. Et Kekwinlul, das bedeutet, dass du den PC falsch angewendet hast. Et Marihuana 2, ja, was heißt das denn? Et Kekwinlul, du hast den PC falsch anem gewendet. Et Marihuana 2, willst du mich verarschen? Et Kekwinlul, nein, du wendest aber den PC Flasch an. Et Marihuana 2, dann sag mir, wie ich ihn richtig anwende. Et Kekwinlul, der PC muss hierfür richtig angewendet werden. Et Marihuana 2, und wie macht man das? Et Kekwinlul, du darfst den PC dafür nicht falsch anwenden. Et Marihuana 2, es reicht jetzt. Wenn du mir nicht helfen willst, dann geh jemanden anderen nerven. Das war ein Gefehl! Et Kekwinlul, ich will dir nur helfen, den PC richtig anzuwenden. Et Marihuana 2, haha.